Ihr fragt euch sicherlich, warum wir auf so einem Auto hier gerade sitzen. Wir sind hier gerade beim Urbane Run Stand auf dem Streetlight Festival. Der Urbane Run ist ein Hindernislauf im urbanen Umfeld. Wir werden im September, am 10. September, Save the Date, werden wir hier in München auf dem Streetlight Festival gemeinsam über verschiedene Hindernisse laufen, bis zu zwölf Bahnhindernisse gibt's. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Mit dem Lauf unterstützen wir das ambulante Kinderhaus Piez München beim Bau eines neuen Hauses. Am 10.09. werden wir das Ganze dann da starten. Und ja, kommt vorbei und lauft mit! Und so geht das dann. Und so geht das dann, ja. Nur über 15 bis 20 Autos. Und nicht nur die. Und nicht nur die, genau. Und dann wird anfälligen die Nähe épocastelle급be. Und dann, ich meine tot ä'tieve. Und zumal, ich würde es nicht einfach. Und ich dann bin auch пов destaب. Und dann, ich würde es mir mal ansprechen. Und dann, ich spiel ja auch mal jetzt! Und dann, ich sage mich immer. Und dann, wenn du da nochmal truth on die Türs征fobers – Vielen Dank.